Lieber Philipp, lieber Thomas, ich habe euer Video gesehen und uns beschäftigt dieses Thema auch. Ich bin hier gerade in Thüringen unterwegs. Hier gibt es viel ländlichen Raum und es sind die Landwirte, die diese Felder bewirtschaften und diesen Raum am Leben halten. Wir als Junge Union sind die einzige Jugendorganisation, die in ganz Deutschland, im ganzen ländlichen Raum unterwegs sind. Wir kümmern uns um eure Anliegen und wir wollen mit euch im Gespräch sein. Wir sind nicht nur in den Großstadtzirkeln unterwegs wie andere Jugendorganisationen, sondern wir wollen für euch Politik machen, genauso Stadt und Land Hand in Hand. Das ist unser Anspruch. Das Thema Klima ist ein Thema, was gerade junge Menschen in Deutschland bewegt. Aber uns bewegt mindestens genauso sehr die Frage, wie die Zukunft unserer Landwirtschaft, der Ernährung in Deutschland aussehen soll. Dafür dürfen die Kinder von Bäuerinnen und Bäuern in Deutschland nicht stigmatisiert werden. Sie sollen mit Stolz sagen können, ja, ich will den Hof meiner Eltern übernehmen. Ihr werdet dafür verantwortlich gemacht, dass es Tierquälerei in Deutschland gibt. Dabei weiß ich, dass gerade das Wohl eurer Tiere euch besonders am Herzen liegt. Ihr werdet dafür verantwortlich gemacht, dass das Grundwasser in Deutschland nicht die besten Werte aufweist. Dabei wissen wir, dass es auch andere Verursacher gibt. Und ihr werdet dafür verantwortlich gemacht, dass es Insektensterben in Deutschland gibt. Dabei sind die Themen wie beispielsweise Flächenversiegelung oder aber auch die Frage von städtebaulicher Gestaltung mindestens genau. Das ist genauso wichtig. Deswegen lasst uns gemeinsam an einem Strang ziehen. Lasst uns klar machen, wir wollen keine neuen bürokratischen Hürden, sondern wir wollen die Zukunft der Landwirtschaft, der modernsten Landwirtschaft in Deutschland gestalten. Der FDP-Antrag im Deutschen Bundestag für eine wettbewerbsfähige Landwirtschaft mit Zukunft war sicherlich eine klug gewählte Überschrift. Aber eine Überschrift alleine löst keine Probleme. Deswegen lasst uns gemeinsam an einem Strang ziehen. Lasst uns gemeinsam rausgehen und sagen, ja, wir wollen das Tierwohl-Label verbessern in der Europäischen Union. Genau für diese Themen streiten wir zusammen. Die Junge Union bietet euch an, euch beiden, aber auch allen anderen jungen Landwirten ins Gespräch zu kommen. Kommt auf uns zu, wir freuen uns drauf. Ich freue mich ab. Ich freue mich ab. Und ich freue mich ab. Ich freue mich ab. Ich freue mich ab. Bei den